Hallo Freunde, I'm back in Business, ich bin zurück zu Hause und das bedeutet, wie versprochen, ein jedes Mal nach einer längeren Abwesenheit von mir gibt es nun eure Nachrichten sowie Kommentare seit dem Zeitpunkt, wo wir bzw. wo ich aufgehört habe, eure Kommentare zu beantworten. So, und das erste Video, das erste Kommentar, das ist auf das Video Let's Play Minecraft 595 von Kai Abizio. Ja, das mag für die reelle Welt zustimmen, aber bei uns in den Nebellanden, da ist das ja alles so ein klein bisschen anders. Also, da kann auch mal Norden dort sein, wo die Sonne aufgeht, nicht? Also, das dazu, aber ja. Gut, dann haben wir zum Video Let's Raid VOB 25, die untere Schwarzfelsspitze von Rainer Zufall, ist auch ein sehr netter Name. Ähm, wieso ist das Eingangsportal bei mir nicht da? Kann da einfach durchlaufen, da ist halt nichts. Und ConfusedNN hat geschrieben, hab genau das gleiche Problem, hast du eine Lösung gefunden? Nun, also, ich weiß nicht genau, wie das jetzt in Warlords of Draenor ist, denn, äh, ich hab es noch nicht gespielt, Warlords of Draenor. Ob das noch da ist oder nicht, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, wo, ähm, Pandaria, also Mist of Pandaria noch draußen war, da gab es das Portal noch. Von daher wäre es jetzt interessant zu wissen, war das zu Mist of Pandaria oder war das dann schon zu Warlords of Draenor, weil Warlords of Draenor, da kann ich noch nichts dazu sagen. Aber ich bleib da mal dahinter, vielleicht kann ich euch da vielleicht, äh, den ein oder anderen Tipp mal geben. Gut, dann, der Erik Wagner, der hat geschrieben zum Let's Play Minecraft 597, ich finde Idee 1 gut, kann ich die erste Stadt bauen, also Bürgermeister machen? Nun, ähm, das mit dem Dorf, das hat sich ja jetzt, ähm, so implementiert, dass Leute für eine Woche ein Gebäude bauen dürfen. Und da ist es eigentlich egal, was sie für ein Gebäude bauen, ob es ein Sägewerk, eine Bürgermeistervilla, ein, eine Schenke oder sonst was ist, ähm, man darf quasi bauen, was man möchte, aber halt nur ein Gebäude, ne? Wenn es ein kleines Nebengebäude dazu gibt, was dazu passt, klar, dann ist halt ein großer Komplex mit einem kleinen Anbau oder sowas, aber prinzipiell darf sich da jeder mal mit einbringen. Und dann mit den, äh, Städten, ja, da gucken wir mal, ob sich das dann so weiterentwickelt, dass wir mehrere Städte haben und dann auch Verwaltungsbezirke erstellen müssen. Das lassen wir mal in der Zukunft, aber, wie gesagt, da gibt es dann separate, ja, Bewerbungsvideos dafür oder Umfragen oder Verlosungen, man wird sehen. Da denke ich mir dann was aus. Gut, dann zu dem Video, ähm, die Apokalypsen-Wiki, und zwar die Nummero 9. Da hat der nette Operzehrung geschrieben, es war mir an diesem schönen Tag leider nicht möglich, noch zu euch zu stoßen, aber wie ich sehe, habt ihr auch ohne mich sehr viel Spaß gehabt. Schön, dass es vorangeht. Oh ja, und ich freue mich auch schon wieder auf euch Jungs, wenn ich wieder zurückkehre in die chaotisch-liebenswerte WG. Bin ich mal gespannt, was denn da jetzt dann so rumkam. Dann zum Let's Play Minecraft zur 600. Folge hat Opa Zerum geschrieben, auch hier möchte ich nochmals meinen Glückwunsch zu 600 Folgen Minecraft aussprechen. Deine schwarze Bergfeste ist wirklich schön und auch dieses Let's Play ist immer wieder sehr unterhaltsam. Ich bin so froh, dass wir uns über YouTube kennengelernt haben und wünsche dir für die nächsten 600 Folgen alles Gute. Vielen Dank, werter Bürgermeister, Amtskollege. Und ja, ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt demnächst mal wieder nach Hunskrab gucke, was sich denn da so alles getan hat. Bin ich wirklich gespannt. Und zum zweiten Teil der 600. Folge hat er geschrieben, es war mir eine Ehre, zusammen mit Hauptmann Delfino diesen Dorfbrunnen zu errichten. Ohnehin freue ich mich, dass wir bei deiner 600. Folge dabei sein durften. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft der Nebellande. Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit euch quasi den ersten Spatenstich für die komplette Community zu tun. Weil ihr seid ja da Mitbegründer auf einem Meilenstein in diesem Let's Play, möchte ich mal sagen. Und auch hier an dich, Herr Zerum, und an den werten Herrn Delfino meinen Dank dafür. Dann, ebenfalls zur 600. Folge hat Oma Luise geschrieben. Oh Gott, was ist denn heute mit meiner Aussprache los? Geht ja gar nicht. Huhu, lieber Shadow, heute komme ich dazu, deine zwei Folgen mit dem 600 zu gucken. Auch meine herzlichen Glückwünsche zur 600. Folge. Ihr seid ein klasse Team. Wenn man euch zuschaut, fehlt es weder an Witz noch an Spannung. Einen schönen Namen für dein neues Dorf. Wie wäre es mit Drudenweiler? Drudenweiler heißt das, glaube ich. Ja. Mit dem dunklen, in der Senke stehenden Brunnen könnte das ein Anziehungspunkt für auch diese schrägen Gesellinnen sein. Herzliche Grüße zu dir, wo auch immer du bist. Luise. Ja, äh, Drudenweiler. Ne, Drudenweiler, ich korrigiere das. Ähm, ja, wieso nicht? Also, ich muss mal gucken, ob es noch irgendwelche Vorschläge gibt. Aber Drudenweiler? Ähm, da bräuchte ich nur eine Erklärung. Drudenweiler, es sollen schräge Gesellinnen sein. Bin ich ja mal gespannt. Erzähl mir doch mal oder schreib mir doch mal oder... Äh, was Drudenweiler sind. Würde mich jetzt ehrlich mal interessieren. So, dann scrollen wir mal ein Stückchen hoch. Und zwar zur Let's Play Minecraft Folge... Moment, jetzt muss ich das mal aufmachen. Das kann ich gerade schlecht lesen. Das ist die 614. Hat der Juuuuhu geschrieben. Macht doch bei den Weg unregelmäßig Cursed Dirt oder wie die neue Erde heißt. Rein. Denn so wirkt das nachher wie ein etwas außerhalb liegender Weg. Ja, der neue Sand. Der neue Sand. War das nicht hier? Ähm, oh Gott. Aha. Ist schon sehr lange her. Ich bin auch gespannt, was mit Minecraft jetzt, äh, so los ist. Es gab ja ein Update, habe ich gehört. Und, ja, mal gucken. Bin ich mal gespannt. Aber kann man, äh, vielleicht mal machen. Also, ich gucke mir das mal an. So. Als nächstes hätten wir die Apokalypsen-WG in der Folge 18. Mein lieber Shadow, du hast ja einen schönen Abschied... Ne. Da hast du ja einen schönen Abschied hingelegt. Und ich bin schon etwas traurig, dass du nicht dabei sein... Dass ich nicht dabei sein konnte. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deine Zeit im Ausland. Und freue mich darauf, dich wieder in unserer WG begrüßen zu dürfen. Ich verspreche dir, dass ich mich um die Jungs kümmern werde, bis die Mutter der Truppe wieder bei uns ist. Ja, ich hoffe, das hat alles wunderbar geklappt. Achso, das kam übrigens vom, äh, Opa Ceron. Äh, ich hoffe, das hat alles wunderbar geklappt, äh, dass die Bude noch so halbwegs steht und ihr nicht irgendwie überrannt wurdet oder wieder flüchten musstet, weil da Schaden über Schaden kam. Aber da wird man dann, denke ich, im neuen Jahr dann dazukommen, weil... Ich bin jetzt nicht lange hier und dann muss ich natürlich, äh, bei meiner Familie mal vorbeigucken. Werde dann bis ins neue Jahr bleiben und dann können wir Vollgas durchstarten, Freunde. Und zwar mit allen. Gut, dann zu meinem Let's Play Outlast Whistleblower. Zur ersten Folge hat der Kollege Brutzler Entertainment, Grüße am Brutzi an dieser Stelle, LEGENDER geschrieben. Und ja, ich persönlich mochte das Spiel auch sehr. Es hat mir echt Spaß gemacht. Nun geht es weiter zum Let's Play Minecraft 617 vom Opa Ceron. Und er schrieb, Ui, das ist ja wirklich eine komplizierte Konstruktion mit der Lava. Ich ziehe meinen Hut vor der Geduld, die du dabei aufgebracht hast. Ja, durchaus. Die eine oder andere Konstruktion, die ist sehr verschachtelt, benötigt sehr viel, ja, bauliches Geschick möchte ich jetzt nicht sagen. Aber, ähm, ja, die Planung, ob das denn alles so funktioniert, das ist halt das. Aber, äh, wenn es dir gefällt, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Denn meine Bergfeste, die soll ja schließlich, äh, beeindrucken, ne? Ist bekannt. Gut, dann, Let's Play Minecraft 617 aka Iremit hat geschrieben. Ein Observatorium mit einer kleinen Kuppel könntest du natürlich auf dem Berg bauen. Eftel mit integriertem Zugang zur irgendwann entstehenden Bibliothek. Ja, ein Observatorium, ähm, sehr geil, gute Idee. Aber die möchte ich dann nicht direkt in der schwarzen Bergfeste haben. Da würde ich gerne eine Art, äh, Alchemistenturm bauen. Oder irgendwie so ein Magierturm oder irgendwie etwas in der Richtung, die dann ein Observatorium mit dabei haben. Also das, äh, vielleicht so ein bisschen außerhalb. Da gucken wir mal. Aber, gute Idee. Dann geht's weiter. Let's Play Minecraft 624. Aka Iremit hat geschrieben, seit der ersten Folge Red Faction mit Farbtüpfel sollte auch nicht gemeint sein, dass du es kunterbunt treibst, sondern eher etwas auflockerst mit Fassadenarbeiten, Wandteppiche, Zünnen oder Fake-Fenster mit zum Beispiel Gittern, wie du es schon einmal hattest. Ja, ich glaube, in der Folge hatte ich gefragt, äh, seit wann du dabei bist, ne? Also seit der ersten Folge Red Faction. Das heißt also, du bist seit Anbeginn, äh, von meinem Kanal mit dabei. Da muss ich jetzt mal imaginär hier meinen nicht vorhandenen Hut ziehen. Gut, dann hätten wir als nächstes Let's Raid VOV 65, das Oculus. Hallo Shadow Skies. Meine Mama spielt auch VOV. Ich finde das Spiel einfach nur cool. Durchaus. Also ich persönlich mag VOV. Ich bin ja seit der Beta mit dabei. Und ja, ich bin gespannt, Warlords of Draenor, was das wird. Ich bin echt gespannt. Das läuft ja jetzt schon über einen Monat. Äh, ja. Mal gucken. Dann zu Let's Play Minecraft 627, aka Irimi, das ist irgendwie jetzt recht aktiv wieder geworden. War eine Zeit lang still um dich, aber da bist du ja wieder. 1,44 MB auf den Standard-Disketten. Später gab es noch die großen, dicken Zip-Disketten, auf denen die Daten komprimiert wurden. Und ich glaube 79,xx MB passten. Aber nur mit wiederum anderem Laufwerken etc. Ja, das stimmt. Und also mit den Zahlen, die konnte ich mir nicht alle merken, weil ich habe so viele verschiedene Zahlen und Konstellationen in meinem Kopf. Äh, da kann schon mal passieren, dass ich den einen oder anderen Zahlendreher mit drin habe. Aber, ja, du kennst dir anscheinend dann auch noch die Disketten-Seiten. Also, mit den normalen Floppy-Disks. Ja, war eine tolle Zeit. So, dann haben wir nochmal das Oculus Let's Raid VOV. Ähm, Crazy Bane hat geschrieben. Tag der Herr. Du, ich hätte da mal eine Frage. Ich stelle gerade meine Addons auf Draenor um. Hä? Auf Draenor? Achso, Warlords auf Draenor. Äh, genau. Um und habe festgestellt, dass einige meiner alten noch nicht mit der neuesten Version laufen. Jetzt wollte ich dich mal fragen, welches Addon du für deine Lebensanzeige benutzt. Ich hatte sonst immer Xperl, aber das ist bei Curse nicht mehr ganz aktuell. Daher wäre es schön, wenn du mir mal deinen Namen von deinen sagen könntest. Natürlich, ich benutze SUF, Shadowed Unit Frames. Ob die für Draenor funktionieren, weiß ich nicht. Da muss ich selber erstmal gucken, was von meinen Addons noch funktioniert und was nicht. Ähm, wenn du das denn möchtest, beziehungsweise wenn da außen die Allgemeinheit möchte, dass ich mal so meine ganzen Addons vorstelle, was ich denn alles benutze. Zum einen hatten wir das in der ersten Folge von WoW, glaube ich, hatte ich das mal mit eingeschrieben. Aber ich mache dann nochmal separat ein Video, das ist gar kein Thema. Wenn ihr sagt, ihr wollt wissen, was für was ist, das ist für Lebensanzeige, das für Schaden, das für die ganzen lustigen aufploppenden Zahlen, ähm, das hier für meine Leisten unten und so weiter. Egal was, sagt einfach, dann mache ich mal kurz so ein kleines Video, was ich alles benutze und was ich persönlich als sinnvoll erachte. So. Let's Play Minecraft 630 Panda Blade 2K15 geht's los. Ach, 2015 soll es heißen. Hallo, richtig gutes Video. Abonniert. Würde mich freuen, wenn du mir ein Abo da lassen würdest. Ja, ich, äh, muss da mal vorbeigucken. Und dann schauen wir mal, was denn da so auf deinem Kanal so läuft. Aber ich denke, 2015 geht's los, dass ab da erst Videos kommen. Dann werde ich dann 2015 mal vorbeigucken. Und vielleicht kriegst du ja dann das Abo, wenn da mir das ein oder andere zusagt. Gut. Als nächstes hätten wir schon wieder einen Let's Raid WoW und zwar die Nummer 24, die Schwarzfels-Tiefen. So. Zu dieser Zeit war das doch gar kein Raid mehr, oder? Hä? Wie, 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 was, wo, wann? Ähm, also die, äh, Schwarzfels-Tiefen sind, äh, prinzipiell, äh, zu 60er Zeiten, äh, ein Raid gewesen. Oder, Sekunde, bin ich hier irgendwo falsch? Das hier sind, Sekunde, ich mach mal eben ganz fix das Video hier auf. Achso, nein, äh, nein, war kein Raid. Die Schwarzfels-Tiefen, das war eine, äh, Instanz. Gut. Ähm, hab ich da gesagt, das wäre ein Raid? Dann, äh, in dem Fall, sorry dafür, da hab ich mich dann wohl versprochen. Da haben wir das auch richtig gestellt. Gut, äh, und, äh, danke für den Einwand, ne? Weil berichtigen darf man ja, also konstruktive Kritik immer. Dann geht's weiter, Let's Play Minecraft 640. Aka, Eremit hat sich wieder mal zu Wort gemeldet. Er meint, Herr der Ringe, du meinst Herr der Ringe. Smiley. Ja, ich konnte's mir dann im Laufe dann auch merken, nachdem ich's dann auch das ein oder andere Mal gespielt hab. Herr der Ringe, Shadow of Mordor. Schönes Spiel, hat mir Spaß gemacht. Gut. Als nächstes hätten wir Let's Play Minecraft 576. Die Unkreativen haben geschrieben, Der Preis des Lebens ist der Tod. MFG Votor 22. Ja, äh, nein, also, das ist ja nur, ich nenne es ja nur die Theorie Preis des Lebens. Also, welchen Preis bist du in deinem Leben bereit zu zahlen für irgendwelche Aktionen und so weiter? Also, es ist nicht, äh, was bezahle ich im Leben? Na, eigentlich schon, was bezahle ich im Leben? Nicht, was bezahle ich fürs Leben? Also, es ist nicht gemeint, äh, was das Leben wert ist oder kostet im Endeffekt, sondern das ist so eine eigene Philosophie, weißt du? Ähm, ich kann ja mal vielleicht in den ein oder anderen Minecraft Let's Play nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen und dann dir ein bisschen was drüber erzählen, beziehungsweise dann auch der Allgemeinheit, wenn sie denn Lust dazu hat. So, dann geht es weiter bei Let's Play Minecraft 645, aka Iremit hat sich schon wieder zu Wort gemeldet. Ja, der ist fleißig im Kommentare schreiben, sag ich dir. Um ein hohes Tier bleiben zu dürfen, bekommt man oft die Vorgaben vom Aufsichtsrat, noch effektiver zu werden. Ansonsten holt man sich eben einen anderen Geschäftsführer, der es besser kann. Wenn dann der Druck bei dieser einen Person so sehr steigt und diese Selbstangst um seine Existenz hat, kommt dann der Tunnelblick und ihm, ihr, sind alle anderen Personen drumherum unwichtig. Jeder ist sich selbst der Nächste. In Firmen, die langsam genug wachsen, dürfen oder... Oder? Es geht nicht weiter. Ach ne, da ist noch ein zweites Kommentar. Außerdem haben Banken und Ratingagenturen da zum Teil die Finger mit drin, und die wiederum mehr verdienen, wenn die Firma mehr verdient. Sowas sitzt dann meist in den Aufsichtsräten und oder ist Großaktionär etc. pp. Ja, das war ja die Frage, wieso Leute immer mehr verdienen wollen, ja? Aber da ging es mir nicht persönlich um die einzelne Person, weil ich meine, klar, jede einzelne Person schaut, dass sie so viel Geld wie möglich hat, als geht um die Firma an sich. Und klar, wenn da Banken und Ratingagenturen mit reinschmeißen, Großaktionäre und so weiter. Aber trotzdem, irgendwann ist doch mal Schluss. Ich meine, wenn du jetzt, sagen wir mal, 22 Milliarden Euro einnimmst, ja? Und irgendwann geht es nicht mehr. Es gibt nur eine bestimmte Menge Geld, die ausgegeben werden kann. Und danach ist Ende. Und wenn es danach zurückgeht, ist der Typ gleich scheiße, weil es nur noch 21,4 Milliarden waren. Also, ich weiß nicht, also, wie gesagt, ich sehe das vielleicht auch ein bisschen engstirnig oder sehe da manche Faktoren nicht. Es ist halt, ja, ich habe mir da halt immer wieder mal Gedanken drum gemacht, aber egal. Man muss es einfach mal hinnehmen. So, dann gehen wir zum Let's Play Minecraft 650. Luki hat geschrieben, schönes Video. Vielen Dank, freut mich, dass es dir gefällt. Dann mache ich auch weiter so. Und zu 651 hat sich Luki schon wieder gemeldet mit Ich mag deinen Kanal. Smiley, Herzchen. Ja, super. Wenn du meinen Kanal machst, gerne. Also, ich bemühe mich auch, dass jetzt noch für das restliche Jahr alle Folgen rauskommen. Ich muss hier natürlich jetzt die ganzen Thumbnails noch bearbeiten und so weiter und so fort. Dass das alles seine Richtigkeit hat, weil das habe ich echt nicht mehr hinbekommen. Und ja, und dann fürs nächste Jahr, da wird dieses Jahr ja noch die Umfrage kommen. Und da bin ich mal gespannt. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Sekundärprojekte, unsere LPTs und haste nicht gesehen. Also, das wird ein interessantes nächstes Jahr werden, Freunde. Vor allem, da ich ja schon fast eine Zusage bekommen habe, dass ich das komplette erste halbe Jahr zu Hause sein werde und dann mal hier fix so einen America-Turn machen muss für sechs Wochen. Hier mal L.A., San Diego und so weiter. Da freue ich mich auch schon tierisch drauf, wenn das klappt. Und ja, ansonsten hier bin. Das heißt, wir können ganz viel zusammen machen, Freunde. Da freue ich mich schon tierisch drauf. So, und dann haben wir hier noch Let's Play Minecraft 653. Cedric Elsius TV Wetterupdate und Minecraft LPs hat geschrieben. Hallo, lieber Shadowskiles aus den schönen vernebelten Landen und der schwarzen Bergfeste. Wir würden Sie einladen, zu Besuch nach Nemir City zu kommen, um den Welthandel aufrechtzuerhalten. Dazu etwas Kurzes über unser Land. Landesname. Süd-Esmeraldische Vereinigung. Hauptstadt Nemir City. Ich hoffe, Nemir habe ich richtig ausgesprochen. Zur Gemeinde gehört Musiglüstedt. Oh Gott. Klosterdorf. Das kann ich noch. Und Syrikam. Äh, Syrikam. Oh Gott. Das sind ja komplizierte Namen. Da brauche ich, glaube ich, mal eine Einweisung. Info zum Land und zum Volk. Wir sind ein sehr groß strebendes Volk und machen alles ganz genau. Das Land selber wird teils stark vom Kult verfolgt. Deswegen gibt es ein Zauber, der nicht nur um die Hauptstadt gilt, sondern im ganzen Land Schutz bietet. Unsere Armee kämpft stets gegen den Kult. Sie wird ausgebildet vom feinsten Kommandanten der zweiten Kompanie. Dieser Stützpunkt ist deswegen strengstens geheim, aber unser Import-Export-Handel mit der Air Emeraldia ist weit bis in die nordischen Gebiete vorzufinden. Mit Geld können wir stets gut umgehen. Es sind noch keine Verbrechen aufgefallen. Es sind noch keine Verbrechen aufgefallen. Ja gut, wenn keine Verbrechen aufgefallen, ist ja gut. Was man noch sagen muss ist, dass wir die Zentrale des Oberwelthandels sind und wir schon Bündnisse mit Hexenwacht, der Herr Zordern von Tragenhort, Robantrill, Damakasch, Sonnenthal, der Hauptmann Delfino, dem Holdrien, Unhold, Wolfsberg, Kiri, Rummelsberg, Opa spielt und vielen anderen haben. Das Sektorenteam und der Bürgermeister von Nemir City freuen sich auf ihren Besuch. So, und dann gibt es noch ein paar Infos, die sind glaube ich für mich persönlich. Ja, also das ist ja ein ganz offizielles Schreiben in die Nebellande. Da werde ich wohl mal ein ganz offizielles Schreiben aufsetzen und zurückschreiben. So, jetzt gucken wir hier mal kurz in die Spams hinein. So, gucken wir mal. Nein. Das ist Spam. Dann das ist auch Spam. Das ist das, das ist ein Monat später nochmal genau dasselbe. Dann Nein, das ist auch Spam. Und 7zez hat geschrieben Hi. Okay, das kann man mal zulassen. Hi. Auch ein Hallo an dich. So, dann machen wir einmal die Nachrichten durch. Von Unknown. Unknown ist auch ein cooler Name. Hey, Shadowsguys. Eine kleine F... F... Was? Sekunde, ich muss mal kurz ein bisschen näher zum Monitor. Ah. Eine... Einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich zu machen, soll das heißen. Die Lampen, die du in deinem Hof gebaut hast, wirken total überfüllt. Der ganze Hof sieht aus, als würden da wirklich nur die Lampen stehen. Mach doch einfach andere Lampen. Die sehen echt nicht gut aus. Würde mich freuen, wenn du meine Idee umsetzt. Okay. Ja, ähm, Lampen. Ach, ja, jetzt. Ja, die Lampen. Okay. Äh, ja, gut. Ich muss mal gucken. Also, ich schaue mir das Ganze nochmal an. Und vielleicht sage ich ja auch, okay, ist ein bisschen too much und ich mache was anders. Oder ich sage, nö, das lassen wir mal. Das sehen wir dann. Aber, äh, ich werde es mal beachten. Dann. Nochmal unknown. Mach doch bitte endlich die Lampen weg. Die stören doch nur. Ja, ähm, hätte ich gerne gemacht. Aber ich bin ja jetzt erst wieder nach Hause gekommen. Quasi vor einer halben Stunde. Dann war ich kurz hier, hab was getrunken. War in der Dusche. Und jetzt habe ich mir gedacht, äh, werde ich das tun, was ich immer tue, wenn ich wieder zurückkomme. Euch antworten. Von daher, ja, ich werde mich drum kümmern. Werde mir das Ganze mal angucken. So, dann müsste ich eigentlich nochmal hier auf Facebook gucken, ob denn da irgendwie noch Nachrichten sind. Ach, hier. Huiuiui, mein Passwort. Ähm. Das müsste eigentlich das hier sein. Geh weg. Ja. So, was haben wir denn? Benachrichtigungen. Schauen wir mal schnell rein. Ach, äh, Nutzungsbedingungen. Dann bestätigen wir zwei Freundschaftsanfragen. Selbstverständlich. Jeder, der mein Freund sein mag, darf dies werden. Und Nachrichten haben wir keine bekommen. Okay. Dann ist das so. Ja, Freunde. Und das war es nun quasi. mit der Sonderfolge für die Kommentarbeantworter-Reihe. Ach, nachdem wir ja jetzt wieder zu Hause sind. Ich bin zu Hause. Ich freue mich so extrem. Ja, wie gesagt, im Minecraft Let's Play, da werde ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal wieder ein bisschen was erzählen, was unterwegs alles so war und so. Also, das Übliche. Ihr kennt das ja in unserem Laber-Let's Play. Und dann werde ich jetzt dann nochmal gucken auf die, äh, für das neue Hauptprojekt, dass ich da noch ein Video mache. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann hier auf meinem Kanal wieder alle gesund und munter. So, ich hoffe. Und ja, für alle diejenigen, die dann jetzt nicht mehr zum Gucken kommen aufgrund von Urlaub oder sonst was, denen wünsche ich ein recht besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst es krachen. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Macht es gut und tschüssi.